Also ich will eigentlich nur auf Zeug schießen Das ist immer das Schöne an Kriegsspielen, die Story ist immer so So top notch Du denkst dir immer, boah, das hat die Welt noch nicht gesehen Halt das Ende, das weh tut, einfach in Richtung Feind Sieht aus wie Chris Redfield Die Mausempfindlichkeit ist ein bisschen hoch, don't you think? Alter Verwalter Wer hat das denn für cool befunden? Wie ging das nochmal mit allem anderen? Oh ja, das ist das Schönste That's the best part Did you see that coming? Shadushki Achso, ich kann gerade, ah Lunge leeren Gründlich zielen, dann bist du auch Ich find das ist das geilste Oh Oh, den hab ich nice erwischt Sieht er zwar anders, aber Uiuiuiui Bist du floin oder bist du fein? Ich glaub du bist floin Ne, oh, lautloser Kill Okay 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 Verstehe Ich würde euch wirklich liebend gern darum bitten, das zu lassen Ich mein, das was ihr hier abzieht, ist echt nicht nett Nur mal so nebenbei, denkt da mal drüber nach Oh Oh Oh, das wird witzig Pass auf Oh Oh Fatality Und der andere auch noch Oh Da soll noch mal einer sagen, ich hab keine guten Ideen Der sieht mich hier ernsthaft Komm, komm entweder her oder dreh dich um Er ist hier irgendwo Er ist hier irgendwo, ich frag mich nur wo Ich frag mich wo er ist Oh scheiße Schnauze Ich kann nicht glauben, dass das funktioniert hat Ich kann nicht glauben, dass es wirklich Butter ist Vielen Dank für die That's not good That's a Boomstick Wachsam bleiben So was sagen nur Tote Oh Spaghetti, Spaghetti You're gonna regretti Bäh Okay Noch einer mit einem Todeswunsch Ich wurde befördert Ja geil Dynamit freigeschaltet Okay Oh, das wird noch spaßig, glaube ich Ja Es ist halt ein Kriegsspiel Also wer hier Den Den Dieben Plot erwartet Ich glaub der hat sowieso den Knall nicht gehört Sobald das Ding wieder an Und Hasta la vista Mach halt und dann kriegst du in Hand Und dann kannst du Maffe Maffe machen oder was Übertönt Ja Gut Noch mal nachsetzen Oh, voll ins Knie Oh Wo hab ich ihn das erste Mal denn getroffen Ja Hab ich die Hälfte meiner Energie verloren Weil ich da runtergesprungen bin Achso, hier, guck mal Den hab ich ja auch erwischt Der Typ hat ja auch Hat sich ja auch gedacht Boah Wie wär's wenn ich heute mal Einen richtig schlechten Tag hab Dankeschön Oh, he will pay for this Oh, he will pay for his insolence Du fu- Halt doch mal an Halt doch mal an, du Sackgesicht Ich muss mit dir reden Ja, sorry War ein kurzes Gespräch Ich meinte eigentlich Ich muss dich ja stechen Sorry Ich hab mich nicht klar ausgedrückt War mein Fehler Und nahe Gebüsch Das ist aber ein hübsches Gebüsch Das funktioniert nur Wenn ihr uns ein hübsches Gebüsch bringt Geh woanders hin Ich sag dir Ich hab dein Schädel genau im Fadenkreuz Ich verteil dein Gehirn im Sand Dreh dich um Alles was du machen musst Ist zurückgehen Und woanders hingehen Du kannst dein Leben weiterleben Komm mal mit, du Sackgesicht Ich lieg's mir ein bisschen zu sehr Im Weg rum Ja Ich muss mit der Palme Aber ich glaub Mein Dude hat gar nicht mal so einen Reck Wo ist das Hier Äh Dankeschön Ich muss eigentlich eine Miene legen Und der geht hier Genau durch den Korb Press F Du Schinn Schmeiß Die Mine Oh Oh genau Im Nacken Oh Krass ist der Nackenschelle Ja Mensch Die Mine funktioniert ja richtig geil Soll ich jetzt den Knaller zinsen? Zins den Knaller Irre Ah, die Mine hat funktioniert Schnauze Nein, 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 nein Wer ist da? Wer ist da? Niemand Chill dein Höschen Und dreh dich um Ich bin Großmutter Ich muss dir was erzählen Ich hab Schoki für dich Spoiler, es war keine Schoki Es war dort Schweizer dort Ich mag die Silenced Pistole Die ist nice Schmacko Fazo Breckis Schöne Aussicht by the way Ich wollte schon immer mal Urlaub am miefigen Sumpf machen Alter, ihr könnt doch nicht alles hier in Umweltverschmutzen Denn Umweltverschmutzer Dafür werdet ihr sterben Und die anderen Lassen wir zu uns kommen Weißt du was? Wir schießen mir in die Nüsse Waren das die Nüsse? Oh, nee, oh. Oh, ich hab den nächsten auch noch erwischt. Oh, ist das... Oh, oh, bin ich grad cool? Oh, einer. Komm. Oh, shit. Oh, shit, ich bin unbelebt. Oh. Ins Kinn. Entdeckung. Shadow hat Sprengstoff. Ich hab ja noch nie mal Sprengstoff benutzen können. Ich mein, das Dynamit versteh ich noch nie mal. Also, mir hat man beigebracht, Dynamit funktioniert so. Du zündest das dünne Ende an, wirfst so weit du, so krass du kannst und hoffst, dass du dich dabei selber nicht in die Luft sprengst. So hat man mir beigebracht, funktioniert Sprengstoff. Er schwebt. Der Dude schwebt. Okay, tschüss. Cool, ich bin eins mit dem Boden. Bye, bye. Oh. Gute Nacht. Habe ich ihm jetzt in den Arsch geschossen? Oh, fuck. Halt die Fresse jetzt. Ich hab echt die Schnauze voll von eurem Scheiß. Gut. Wenn ihr halt alle... Wenn ihr halt alle einen Todeswunsch habt, so be it. Oh. 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 Boah, du generälst hier nichts mehr. Jetzt hab ich allerdings ne Menge Freunde. Ist er jetzt? Ach, scheiße. Du entkommst mir nicht mehr. Nun Schluss. Äh. Jetzt haben wir dann... Jetzt haben wir hier noch andere Probleme. In die Schädeldecke. Unfähigkeiten. Alter, das kannst du doch so nicht sagen. Ach, das meint ihr mit unfähig. Ja gut, das war wirklich ein bisschen unfähig. Lass mich das beheben. Das hab ich noch gesagt. Unfähig. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Und viele von euch können hier nicht mehr leben. Lungentrepper. Oder auch Sacktreffer. Ich durchsuchte das Wrack und die Leiche. Bäh. Was ich fand. Zwei Wörter. Projekt Seuche. Also bis zum Ende lief das richtig gut. I've got the power. Nee, schoß, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Wie immer, wenn euch das Video irgendwie gefallen haben sollte, hinterlasst doch bitte ein Like. Oder sogar ein Kommentar wäre sogar noch cooler irgendwo. Und wie ihr abonniert, das wisst ihr schon. Und wieder mal, äh, die Glocke ist leider euer Freund. Ich bin da immer noch kein Freund von, aber da müssen wir leider mit leben. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten... Bis zum nächsten Mal hier, Leute. Sorry, Leute. Bleh.